und damit herzlich willkommen zurück zu let's play snow runner und wir befinden uns jetzt hier zurück in michigan aber danach wir können zeit überspringen sechs uhr morgens wird sich der besser an so ich erinnere mich wir haben hier unten auf dieser farm hier genau hier ein auto gesehen und dieses auto werden wir uns jetzt mal genauer und die luke nehmen so schauen wir mal dass wir hier nicht nur immer ein und dasselbe auto sehen sondern dass wir auch mal ein bisschen variieren können mit dem was wir sehen ja können wir hier gerade durchfahren könnten ja aber machen wir nicht warum auch aber noch schauen wir mal was wir sind es wird was uns hier so schön ist erwartet kann man machen sorry leute ich bin etwas abwegig so schießt man ja weiter durch ach so können wir jetzt eigentlich hier oben diese egal aber schaut mal einer an wir haben jetzt hier nämlich unser auto deutlich besser gerüstet ja ohne probleme ihr kommt hier super durch unser kleiner chevy aber wirklich ohne probleme ich habe immer noch nicht geschaut wie man den krawallbalken hier oben ausmacht naja das heißt bloß wir sind wichtig wir haben eine rundum leuchter an gut hier auf dieser farm habe ich das auto gesehen na genau hier vorne das ist sogar angezeigt ich denke mal das auto können wir uns nämlich erobern hoffe ich mal das sah so aus als wäre es perfekt dafür geeignet okay gehen wir mal auf die rinderform hier und wir müssen einmal über den hof fahren naja jetzt haben wir jetzt ein traktor hätte ja gefahren ein bisschen neben der spur da kommen wir nämlich auch hier lang weil nehmt es mir nicht krumm leute aber hier kommt ja wirklich ganz keiner lang oder entwässerungskraben da kommen wir lang hier vorne ist der eingang zu dem feld also wirklich ich will jetzt nichts sagen aber die strohballen hätte der gute bauer hier eher einfahren können und was hat er mit dem holz saun hier gemacht also an manchen stellen ist das spiel noch nicht zu 100 prozentig fertig geworden habe ich den eindruck nun ja ich sage es immer wieder ich hoffe auf patches so wir fahren noch ein bisschen auf abwägen ich glaube den müssen wir hier raus ziehen du hast ja die strohballen sind vermordert die sind so nichts mehr zu gebrauchen komm das schaffst du schon hier durch da bin ich mir ganz sicher und dasselbe schäferle noch mal bloß in rot ernsthaft komm schaffst du es mich rausbinieren wir ziehen uns hier gegenseitig raus oh sunk noch geländewagen gefunden wir legen mal den kleinen gang ein und fahren los wir brauchen unbedingt irgendwas mit mehr Kraft achso ja wir müssen ja wieder hm, scheiße Winde lösen wie kommen wir denn jetzt hier raus? vielleicht in dem wir die Handbremse lösen boah, das ist natürlich wirklich schwierig, das Gelände aber ich denke mal mit dem Auto schaffen wir das schon so, Winde lösen ja, so kommen wir raus ja, so haben wir uns wieder etwas festgepuddelt aber so können wir uns schrittweise herauskämpfen so in die Richtung noch etwas und jetzt können wir doch bestimmt Winde anbringen hm, scheiße nicht ganz komm komm oha das ist wirklich schwierig das Gelände wir können uns schon alleine wieder rauskämpfen vielleicht ich hab so den doofen Eindruck oh ja ich hab Mist gebaut oder wartet mal können wir den Truck hier wechseln Truck wechseln oh nein ich hätte wirklich in diesen Kreis fahren müssen oh nein oh nein oh nein passt mal auf das machen wir später so da hab ich grad Mist gebaut es tut mir leid da brauchen wir aber ein stärkeres Auto für hm wie doof komm aber jetzt, jetzt gehen wir ja Gummien ja das schaffst du schon die Hetze wir sind draußen ja den versuchenden Geländewagen holen wir uns noch hm doof ok gucken wir erstmal was wir hier für Aufgaben haben Lieferung für Steel River Verbrauchsgüter wo bekommen wir denn die hm verlorener Container da ist ein Diesel was habt ihr hier so Rühren Husky Fobarbing Werkzeuglieferung ah ihr seid das die Sache ist die Leute von der örtlichen Farm namens Matthew und Sans haben uns gebeten ihnen Reparaturwerkzeug zu liefern du müsstest die Lieferung irgendwo in der Nähe der Werkstatt finden ja gut mach mir du die würde ich annehmen jo dann würde ich sagen springen wir in unseren Truck hier fahren erstmal dort hoch nein ja gut ja mit dem los wollen wir mal gucken vielleicht können wir ja bei denen auch noch irgendwas schönes machen von hier hinten können wir es dann übrigens nochmal probieren hier vorne ist es wirklich sehr schwieriges Gelände aber vielleicht können wir den hier von hinten bergen weil das sah als Gelände etwas ähm passender aus ja ne gut fahren wir erstmal mit dem Auto los so oh schon schönes Gespann hier wirklich klasse ah ich bin ich bin sehr begeistert von dem Spiel es hat definitiv seine Macken seine Ecken seine Kanten gibt es gar keine Frage aber im Großen und Ganzen passt es passt macht Spaß macht Laune fühlt sich klasse an ist eine super Offroad Simulation hat eine echt hübsche Grafik sagt performance technisch etwas mau aber ich kann es immer wieder wiederholen wird schon noch werden so na dann wir sind da ok mit dem hier ja mit dem können wir durchaus dort rein und jetzt geht es los das Gefähle ich würde jetzt ganz gerne diesen Hänger hier abstellen oh man nee machen wir nicht ich muss echt sagen in echt ist es deutlich einfacher den Hänger rückwärts zu schieben mit dem Controller erst recht nicht aber wir haben ja genug Platz dann stellen wir die halt jetzt hier hin ja hier müsste passen die Handbremse Anhänger lösen Handbremse lösen V-Malt Solo hierher Tieflade Anhänger ja haben wir alles gefunden ach die haben wir noch gar nicht entdeckt der Service Anhänger und den hier aber wir bauen erstmal den Lkw Allrad ein ich glaube sofern das funktioniert wird das ja ziemlich gut das ist ein schöner Lkw der hier ist so individualisieren den neuen Motor einbauen hier den größeren aber nee wir haben schon den größeren ah wir haben den hier Tiefl brauchen wir nicht Federung brauchen wir auch nicht hier Reifen ist denke ich mal in Ordnung Winde ist auch in Ordnung wir haben doch können wir nicht an die Differentialsperre wir haben doch was freigeschalten und den Kran können wir hier aufbauen also muss ich alles hier machen können ist ja cool 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 visualisieren oh toll oh sehr toll nee das ist so in Ordnung Stoßstänge vorne ja können wir auch so lassen Auspuff stark und das Tragerherz wo haben wir unsere schönen Alcoas nirgendwo verschiedenes Basis Standlichter Außenhorn hat er schon eingebaut Farbe passt eigentlich Offroad Federung erhöht Freigeschaltet Unschaltbar ja achso haben wir freigeschalten oh die ist schon freigeschalten cool Satzrad brauchen wir nicht schnurzelt sich ja eigentlich auch nicht so als sinnvoll an na gut dann muss man die Werkstatt dann holen wir uns den Anhänger da drüben und farmt den zu dieser Form so oh die GMC Truck mag ich der ist schön so Anhänger ankoppeln rums okay dann schaffen wir mal die Ladung Werkzeuge zu euch da vorne ich glaube da könnte ich dann Hilfe von uns einen kleinen Truck brauchen sehr cool sehr cool so mal gucken wie er sich jetzt hier schlägt weil nur mit vollbeladenen Anhänger und ohne Last auf der Zugmaschine ist das alles nicht ganz so einfach von wegen sperrbare Differenzialsperre haben wir doch gar nicht so ja ein bisschen langsam aber es geht langsam und mühsam aber nähert sich das Eichhörnchen den Spruch habe ich bestimmt schon öfters gesagt das würde mich nicht wundern hmm ja boah echt saustark das Spiel saustark okay dann gehen wir uns mal durch die Schlammwüste hier drüben und bringen der Farm hier die Werkzeuge oh gottchen viel Werkzeug bestellt scheint es ja zu laufen auch wenn sie ja okay wir brauchen den Truck äh den GMC den Chevy hier ja den brauchen wir und zwar dringend aber ich glaube es jetzt nicht dass der hier durchkommt hmm oh scheiße ähm siehs mir nach mein guter siehs mir nach dass ich hier gerade mal etwas Maisblatt fahre hmm okay fahren wir rückwärts ran und mit geballter Power geballter Power müsste das eigentlich gut machbar sein okay ja guck mal so kommt der doch ganz zügig durch der Chevy hat zwar zu kämpfen aber jetzt geht's ja das ist so wie diese diese Kolonnenfahrten und so das haut schon hin oh guck mal 4000 cool der alte Farmer Matthews hat soeben deine Lurbeshymne auf dich eingestimmt man wird sich an deine guten Taten erinnern eher normal was habt ihr denn hier was ist das für ein Symbol ja mal schauen oh Wettkampf oh nee vom Wettkampf habe ich jetzt gerade keine Lust gut das haben wir erledigt ja sehr schön kämpft sich hier hoch ich würde ja ganz gerne noch mal einen Anlauf mit diesem Truck hier vorne machen wir können das noch mal von hinten wir müssen mal auf wir geben jetzt hier noch mal Vollstoff und komm schon komm schon du schaffst es du schaffst es du schaffst es du schaffst es ja jetzt geht es guttelt er sich durch ich will nicht sagen aber entweder deponieren wir dann komm ich glaube wir haben es geschafft uns komplett festzufahren nach allergrößten Not müssen wir das Auto halt zurücksetzen aber ich gebe das jetzt noch nicht auf komm ja ja er schafft es wir nehmen jetzt mal den leichten Gang vielleicht kuddelt er sich dadurch besser raus ja schaut mal ne es hilft ja alles gut alles gut du machst das schon also ohne Probleme es gibt Probleme auf der Farm einige Trucks sind in tiefem Schlamm stecken geblieben und wir brauchen eine starke Maschine die sie rausholt dafür benötigst du einen wirklich starken Motor ja komm das machen wir wir holen den jetzt aber hier hinten raus ich dachte wir könnten ich dachte wir können den vielleicht so rausziehen aber ich glaube nicht dass das was wird ja das war schon wieder ein Fehler hier reinzufahren wir können auch mal probieren die Winde zu lösen uns leicht hier vorzukämpfen ne es geht schon noch wir kommen ja auch schon raus irgendwie Eier brauchen aber wirklich dringend ein anderes Auto so können wir den jetzt ziehen mit unserer Winde warte mal Handkremse rein wie haben die das eigentlich geschafft vorne ist aber auch nichts wo wir die Winde anbringen können ne ne leider nicht vielleicht hat dieser LKW hier oben ja leerer Tank ja gut ne 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 schaffen wir einfach jetzt noch nicht mit dem Auto gibt noch nicht leider na gut ist das halt so ähm ähm ich würde mal sagen ich werde offcam oder abseits der Aufnahme so mal ringsrum ein bisschen aufräumen ein bisschen schauen wo ich was verbessern kann hier auf oben mal ein bisschen auftanken und ähm ich möchte ich möchte euch dann eher so ein paar Besonderheiten zeigen ich denke mal das macht mehr Spaß als mir die ganze Zeit dabei zuzugucken wie ich von A nach B fahre ähm ja deswegen sag ich mal sehen wir uns in der nächsten Folge wieder äh in dem Sinne gehabt euch wohl euer Bockgamer ciao 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 ciao